Ja, warte, ich glaube ich stehe auch so richtig, ich stehe so richtig, wenn ich sehe, dass ich richtig stehe, sehe ich, wenn, naja, sehe ich halt dann. Äh, Sarah? Ja? Ähm, wann wolltest du nur schlafen gehen, nur damit ich es ungefähr timen kann? Äh, jetzt eigentlich bald. Also, ich glaube, ich bin in 10 Minuten, 20 Minuten mit dem Dungeon fertig. Ja, dann mach. Okay, also ich mach das fertig und dann, okay. Okay, Sarah, geht das? Ja. Okay. So, bin ich nach dem Dungeon, bin ich mal kurz mal weg. Dann haben wir mal noch das andere Dungeon unbedingt. Gibt's hier wieder Shit zum holen. Hey, wieso sind die jetzt meine Skills total verkackt? Das war der Level 20. Oh Gott, stimmt, Alter, das ist ja bitter. Alter, das ist ja echt, Alter, das ist ja Wahnsinn. Alter, ich hab nur 3 BP, oh Gott. Gott, ich muss erst mal, genau jetzt halt. Ah, du Mistviech. Ah, du Mistviech. Ah. Entschuldigung, ich hab ja ein Ding weniger. Naja, egal. Oh, da muss ich mal wieder meine scheiß Dinge ausleeren, ey. Das ist ja... Jetzt wird's langsam echt voll. Is da, ich hab ja ein Ding weniger. Das ist ja... Ich hab ich nicht mehr, was ich bin... Oh, da muss ich mich nicht mehr, wie ich mir der Winde ausleeren, ey. Vielen Dank.